hi leute ich habe schon wieder ein prospekt für euch eishalle essen west in essen wie es der name verrät wir haben hier angeblich hammerpreis artikel auf der ersten seite extreme fire und colored beams jeweils ein bisschen crackling und rölys moon traveller five raketen sind das mit ein bisschen crackling lightning jack wohl irgendwie weiß nicht ob die da versuchen ein zu verarschen ein kilo explosiv masse ich denke mal eher die ganze batterie mit schwarzpulververpackung alles wiegt ein kilo ja ist nichts anderes als das hier oben schon meteor schlag hatte ich mal waren ganz gut kann man mitnehmen für den preis macht man da nichts verkehrt dragon empire 130 euro verbund sei nichts zu weiter leuchtstars viel zu teuer für 4 euro 50 da kriegt das schon das leuchtenspektakel für da habt ihr deutlich mehr spaß dran und auch mehr artikel kaufe empfehlung würde ich aussprechen für das ex top explosion oder top explosion wie man es aussprechen mag ihr habt hier sieben raketen zwei große turbo wirbel paar fontänen quattro fontäne rölys und glaube ich da unten noch kauf empfehlung von mir aus low rider kenne ich nicht kann nichts zu sagen für drei euro wahrscheinlich auch nicht so besonders profi line 410 oder 410 für 22 euro ja dann die beste batterie auf dem deutschen markt nein ist es nicht das ding ist einfach fünf minuten mit 512 schuss da ist nichts besonderes für 200 euro viel zu teuer da könnt ihr euch so viel zeug und habt da deutlich mehr spaß und auch länger als fünf minuten da war hier das srs 15 ist wie das srs 9 beziehungsweise das metalhead nur mit 15 raketen halt und einen höheren preis würde ich eine kaufe empfehlung für aussprechen hatte ich auch schon mal sind richtig geile raketen drinne kinder fackel kann ich nichts zu sagen luftheuler 1 50 24 stück ja wer es mag liegen lassen roter kursar 20 kleine knaller ja das heißt klein ja doch klein aber mit einem großen knall auf jeden fall viel zu teuer ja handfackeln six pack ist 6er kanonenschlag packung zu teuer 500er snack knallkette wer sowas mag klar kann es mitnehmen für drei euro skybusters kleines raketenset mit sieben raketen drei euro raketen haben glaube ich kein zerleger ich hatte es auch mal aber ich weiß jetzt nicht mehr ob die zerlegerten aber die waren auch nicht so berauschend also lasst liegen dann hier diesen vulkan oder was das startstellen soll für fünf euro auch nichts besonderes dann haben wir hier oben pfeifen power ja nichts anderes als die hell und wheels oder wie auch immer sie heißt diese 300 schuss pfeif batterie da lasst liegen für 9 euro zu viel absolut zu teuer ist ebenfalls the winner das sind einfach nur knister effekte also röleys mit ein bisschen knistern halt ja ambos 451 schuss den verbund oder das ding an sich kenne ich jetzt nicht kann ich nichts zu sagen römisches licht dreierpack 1 euro kann man nicht viel falsch machen misshills 25 schuss pfeif batterie ja zu teuer für 25 schuss der bürner auch wieder so ein bisschen leuchtsterne und crackling also röleys halt kaufe empfehlung die lucky eight das sind die quickling balls die kosten in norma 3 euro oder 2 59 oder 49 kaufe empfehlung ebenfalls für die bies vier kleine vögel für 1 50 wer vögel mag kann da nichts falsch machen dann explod china büller de schinken 80 stück 20 packs mit ihr vier stück beinhaltet ja kann ich nichts zu sagen ich kenne die büller nicht aber für vier euro kann man eigentlich nicht viel falsch machen auf jeden fall kann man die mal mitnehmen zum testen dann knuckles auch angeblich wieder eine halbe kilo explosiv masse kann ich mir nicht vorstellen für 4 50 moskitos zu teuer klar wer nicht online bestellen will und auch keinen laden hat wo er die findet und gerade die wie hieß es eishalle essen in der nähe hat kann sich da mal ein paar holen dann aber als vorletzten artikel die prezident pyro ist eine kaufempfehlung klar sehr teuer aber auch richtig krasses ding ja wer so viel ausgeben will der kann sich das gerne mal mitnehmen ist ein super artikel und zuletzt haben wir die zisselmänner ladycracker für zwei euro kann da nichts falsch machen genau das war es dann auch schon wieder für diesen prospekt ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir eine bewertung da lasst mir ein kommentar da und über ein abo freue ich mich natürlich auch sehr schreibt mir gern was ich besser machen kann und das rattern im hintergrund falls ihr das gehört habe wovon ich ausgehe das sind die mäuse im laufrad die laufen da wieder wie verrückt durch die gegend ich hoffe das war nicht zu störend und ja dann bedanke ich mich noch mal wie gesagt fürs zusehen und bis zum nächsten video